Fahrradbügel im Domeierpark. Ich bin hier spontan vorbeigekommen und habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Die Fahrradinfrastruktur ist in Bewegung in Herzberg am Harz. Hinter mir sieht man zwei Fahrradbügel. Es werden vielleicht sogar noch mehr. Wir gucken uns die Situation hier mal ein ganz klein bisschen an. Ich persönlich wünsche mir ja auch Radwege dazu, aber wir gucken uns erstmal das hier an. Projekt Fahrradbügelprogramm des Landkreises Göttingen. Masterplan Zukunftsfähiger Radverkehr. Hier kann man sein Fahrrad, wenn man das möchte, also auf jeden Fall schon mal anschließen, abschließen, weil hier ist dann auch direkt so ein Spielplatz. Da könnte man also hinradeln, wenn es vernünftige Brücken über die Sieber geben würde. Wir sehen zwei Bügel hier, die sind da schon fest installiert und diese Betonplatten deuten wohl an, dass weitere dazukommen sollen. Finde ich prinzipiell super gut. Das hier ist der Domeierweg, der zum Stadion führt. Und eine Frage, die sich leider gestellt in diesem Bereich ist, hier entlang dieses Weges parken immer die Fahrzeuge, wenn im Stadion eine Veranstaltung ist. Es gibt zwar einen Miniparkplatz beim Jugendzentrum, aber hier wird immer entlang geparkt, weil die Leute ein Anliegen haben, wenn sie hier sind. Gut, das könnte man ein bisschen, also hier wird jetzt natürlich Parkraum quasi entnommen, der so semi-offiziell vorhanden ist, weil die Leute das halt einfach machen. Dann stellt sich die Frage, hier ist der Spielplatz und direkt auf der anderen Seite der Sieber sind Parkplätze. Da ist sogar ein Parkplatz von Thomas Phillips, vielleicht könnte man sich mit denen verständigen, dass Besucher des Parks und des Stadions dort parken könnten. Und wenn es hier direkt auf Höhe des Spielplatzes, ein bisschen weiter nördlich jetzt mal gesagt, ein bisschen weiter hier die Strecke rauf, wo die rote Rutsche ist, eine Brücke über die Sieber wäre, dann könnten auch Kinder vom Sieberdamm, das ist so ein Fußradweg, ganz bequem hier reinkommen, ihr Fahrrad abschließen und auf den Spielplatz gehen, weil die Strecke, das habe ich schon ein paar Mal angemerkt, unten an der Bundesstraße einfach nicht sicher ist. Da gibt es keinen vernünftigen Radweg, das ist alles dahin geschustert, keiner weiß, wie er sich verhalten soll. Dafür fahren da sehr, sehr viele LKWs. Also von daher, diese Radbügel, die sind eine sehr schöne Sache, weil es natürlich toll ist, wenn man sein Fahrrad schon mal anschließen kann. Es gab ja auch hier die Initiative für einen Dirt-Park in der Nähe des Domeyer Parks, den man kritisch betrachten kann, aber auch der würde natürlich davon unterstützt werden. Aber es stellt sich mir immer die Frage, wie kommen die Menschen zum Dirt-Park, wie kommen die Menschen in den Domeyer Park, die kleinen Menschen, mit ihren Fahrrädern, wenn sie die hier anschließen wollen. Man kann natürlich von der Schule runterradeln, aber die meisten Leute wollen wahrscheinlich entlang der Bundesstraße da irgendwie so halb anreisen über die Straße, die zu Thomas Philips führt, von der Innenstadt und da fehlen halt einfach die Brücken. Deswegen sind diese Radfahrbügeln so ein bisschen so ein Lippenbekenntnis. Wir stellen ein paar Radbügel auf, aber es gibt keine vernünftigen Wege, keine Radfahrbrücken, keine vernünftigen Radwege. Hinten entlang der von Weberstraße zum Eichholz, nach Osterode zwischen Bundesstraße und Bahnschienen. Da könnte man überall ganz tolle Radwege bauen, aber was gibt es? Einen Metallbügel. Und die Leute denken, oh schaut, der Landkreis tut was für die Radfahrer. Na gut, das ist jetzt mal spontan aufgefallen. Ich finde es gut, dass es diese Bügel gibt und dass man hier jetzt sein Rad sicher anschließen kann. Vielen Dank dafür. Die Menschen haben aber auch noch andere Hoffnungen und Träume. Aber man nimmt das so, wie gesagt, wie heißt es denn, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ich will da auch nicht zu, es waren spontane Gedanken. Das ist nicht so böse gemeint, wie es sich vielleicht anhört. Ich wünsche noch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Teilt das mit euren Freunden. Tschüssi. Mensch, bei so viel Fahrradbügel muss ich mich doch direkt erst mal auf die Elfriede Kruse Gedächtnisbank von unseren Esperantisten niederlassen, um über die neue Situation nachzusinnen. Vielen Dank für die Fahrradbügel. Die sind eine Bereicherung, die regen Menschen an, auch mit dem Fahrrad zu fahren, weil sie sehen, da ist Infrastruktur, wo ich mein Fahrrad sicher abschließen kann. Das heißt, die Leute werden eher auf die Idee kommen, das Fahrrad zu nehmen, um in den Dohmeierpark zu reisen, um hier das grüne Naherholungsgebiet nutzen zu wollen. Ich fände es schöner, wenn die Anreise an sich noch sicherer sein könnte durch zusätzliche Brücken über die Sieber. Einmal beim Jugendzentrum selber auf Höhe des Spielplatzes, wie ich das in dem Video angedeutet habe, und parallel zur Bundesstraße, zur Lkw-Brücke, ähnlich wie man das auf der Strecke zum Beispiel zwischen Osterod und Schwiegershausen sieht. Da gibt es eine extra Fußgänger-Radfahrerbrücke, die da separiert ist. Das ist halt einfach sicherer unterwegs zu sein und ist am Puls der Zeit von dem Stadtdesign her, sage ich jetzt einfach mal. Vergesst Elfriede Kruse nicht. Vielen herzlichen Dank für die schöne Bank, auf der wir hier sitzen dürfen. Vielen Dank für die tollen Fahrradbügel zum Anschließen des Fahrrads. Ich bin froh, dass ich so einen spontanen Beitrag habe. Ich wünsche noch einen ganz, ganz angenehmen, schönen, perfekten, sonnigen Sommer.